Ich kann nur sagen, Gott weiß es, dass er mein Alles ist. Es gäbe nichts, und wenn es auch das Kreuz wäre, wo ich Nein sagen würde, ja, ich hätte Angst, ich würde zittern, aber ich würde gehen, weil es Gott so sagt. Und nur deshalb kann man auch unmögliche Menschen lieben, weil Gott alle Lebenden liebt, so ungemein in der schweren Sünde sie auch sind. Ich habe Gott immer nur gehört, Kind, wann kommst du zurück? Gott erwartet nur, dass er Sünde sich bekehren. Solange er lebt, ist doch sein Kind, Tempel des Heiligen Geistes. Der Hauch von Gott ist ja in Menschen. Er möchte es zurückhaben bei sich. Kein Sünder kann sagen, ja, mir kann er nicht mehr helfen. Das ist für mich etwas, eine schwere Sünde. Natürlich, wenn es einer sagt, dann kann ich nicht sagen, er hat eine schwere Sünde, dann weiß er es nicht. Denn Gott ist alles. Nichts ist über Gott.